Im heutigen Video möchte ich euch wieder drei ETF-Ideen mit auf den Weg geben. Ich zeige euch einmal einen eher passiven ETF, einen sehr offensiven ETF, der sogar den Nasdaq 100 geschlagen hat in den letzten Jahren und einen Megatrend-ETF. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um drei ETF-Ideen vorab, aber wie immer keine Anlageberatung. Ich zeige euch die nur mal ganz informativ, damit ihr die mal kennengelernt habt und einfach mal der Information halber und weil ich die eigentlich so an sich von der Idee her ganz gut finde, kommt natürlich immer auf den Investment-Case an, auch was man bereit ist für ein Risiko einzugehen und wie man einfach, was man schon im Depot hat, wie man sein Depot ergänzen will. Also nicht jeder ETF ist immer was für jeden und deswegen gibt es immer so schöne Videos, wo ich euch mal ein paar ETFs vorstelle. Das will ich jetzt mal regelmäßig machen. So einmal im Monat habe ich mir gedacht, so drei, vier Stück, also drei, vier ETFs vorstellen und also auch nicht zu häufig, sondern dass ihr einfach mal so ein paar Ideen immer mit auf den Weg bekommt. Vielleicht kennt ihr das schon in den einen oder anderen ETF, vielleicht aber auch nicht. Apropos Austausch und Informationen, ich habe auch einen Discord-Server, der bis jetzt nur intern war. Ich habe jetzt aber dazu entschlossen, diesen Discord-Server auch quasi so ein bisschen öffentlich anzusprechen. Also den gab es schon länger, ich glaube ein Jahr gibt es den schon und wie gesagt, bis jetzt nur immer so ein interner kleiner Mini-Kreisel von Leuten, der da drauf war. Ich habe ihn jetzt einmal grundlegend überarbeitet und habe ihn auch so ein bisschen darauf abgestimmt, dass er auch einen Mehrwert bieten kann. Wenn ihr Discord habt, dann könnt ihr gerne mal hier vorbeischauen. Der Link ist coinref.de-discord, aber könnt ihr hier unten auch nochmal in der Videobeschreibung nochmal nachschauen und hier können wir uns dann in Zukunft austauschen über alle möglichen Themen, Aktien, ETFs, P2P-Kredite, Krypto-Werbungen. Wenn ihr Fragen zu Portfolio-Performance habt, wenn ihr Themen über Aktien habt, irgendwelche Meinungen austauschen wollt, können wir das hier in Zukunft gerne machen. Ihr könnt mich hier auch immer kontaktieren. Ich habe die App sogar auf dem Handy drauf und da könnt ihr mich auf jeden Fall auch eigentlich immer mit erreichen. Für alle die Leute, die Discord bis jetzt nicht kennen, das ist so eine Mischung aus Instagram, Messenger, Forum, Facebook-Gruppe und Teamspeak, wenn euch das was sagt. Also hier kann man zum Beispiel wie in einer Art Forum sich austauschen, hier in den verschiedenen Foren. Das ist jetzt noch alles leer, weil ich die Kanäle ganz neu erstellt habe wieder. Aber hier kann man sich quasi austauschen. Ich habe jetzt schon mal zum Beispiel die Tutorials reingepostet von mir. und ihr könnt hier auch ganz normal schreiben wie in einem Forum. Nur, dass das Ganze so ein bisschen thematisch sortierbar ist, dass man die Themen so ein bisschen auseinanderhalten kann. Ihr seht das ja bei einer Facebook-Gruppe, da geht das alles ripp und irgendwas ist weg. Hier sind die Themen halt nicht weg, wie halt in einem Forum. Dann der Messenger, also man kann mich auch direkt anschreiben. Das ist einmal der große Vorteil. Ihr seht auch, wenn ich online bin und somit könnt ihr dann auch eigentlich sicher sein, dass ich euch dann relativ kurzfristig antworte. Und es gibt auch Sprachkanäle. Man kann jetzt hier unten auch zum Beispiel in eine Talkrunde reingehen und da könnt ihr euch auch mit mir unterhalten. Wenn ich online bin, dann bin ich auch öfter mal. Und dann kann man es immer ein bisschen austauschen. Dann könnt ihr auch gerne so ein bisschen an neuen Videos mitwirken und einfach dem Ganzen so ein bisschen auch euren Anstrich mit verpassen und so ein bisschen am Kanal mitwirken. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das Ganze ist wie gesagt jetzt noch sehr jungfräulich. Und ihr seht hier zum Beispiel auch immer automatisch, wenn ein neues YouTube-Video online geht, wird das hier drin automatisch gepostet. Wenn ich bei Twitch online gehe, wird das hier automatisch gepostet und, und, und. Also das Ganze ist so ein bisschen nach einem Hobbyprojekt von mir und das möchte ich jetzt auch so ein bisschen aktiver nutzen. Also ich unter meinen Bekannten nutze das schon lange. Aber bis jetzt, wie gesagt, war das keine große Sache für nach außen hin. Das möchten wir jetzt ändern. Ihr seid jetzt auch auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen, da mitzumachen. coinref.de-discord und dann könnt ihr, darüber könnt ihr den Server joinen und dann seid ihr schon hier drauf. Ich freue mich auf euch und, ja, würde sagen, wir starten jetzt mal langsam ins Video rein. Und zwar der erste ETF ist ein sehr passiver ETF. Ist mal was ganz anderes im Vergleich zu den eher aggressiven ETFs, die im Moment richtig outperformen. Ist mal so ein bisschen ein antizyxischer Ansatz. Und das Ganze nennt sich X-Trackers, MSCI World Consumer Staples. Und das ist einfach nur ein ETF von Basiskonsumgütern. Wir können auch mal gucken, was ist da so drin in die Zusammensetzung. Ihr seht schon hier Nestle. Wir wollen jetzt gar nicht hier über Moral mal sprechen, sondern einfach nur, das ist wirklich ein Basiskonsumgüter ETF. Und dieser ETF ist vielleicht so mal ganz interessant so als Gegengewicht, als antizyxischer Ansatz zu dem jetzt gut laufenden IT Nasdaq 100. Und Outperformern der letzten Monate und Jahre vielleicht, ist in den letzten Jahren auch nicht besonders perfekt gelaufen. Hat aber jetzt zum Beispiel unter Corona auch nicht so extrem gelitten, wie andere Branchen auf jeden Fall. Deswegen eher ein passives Investment. Wir können ja einmal hier gucken, einmal hier im Überblick, da sieht man das vielleicht noch ein bisschen besser. 2016 4%, 2017 2%, 5,6%, minus in 18, 25% in 19 und im laufenden Jahr minus 3%. Also trotz Corona ist, wie gesagt, jetzt haut keinen vom Hocker, aber ist wie gesagt ein passiver Ansatz und ist auch so ein bisschen antizyklisch. Also das kann ja auch wieder in Zukunft auch wieder ein bisschen besser laufen. Wir gucken einmal in die Sektorenverteilung rein. Abgepackte Lebensmittel und Fleisch, 22% Haushaltsartikel, 16% Alkoholfreie Getränke, Pflegeprodukte, also hier ist wirklich alles dabei. Tabak, Lebensmittel, Einzelhandel, Brennereien und Winzerbrauereien. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Oder auch die kleine Drogenseele begehrt. Also Tabak und Alkohol ist hier auch mit drin. 121 Firmen drin, also auch nicht zu groß, nicht zu sehr diversifiziert. Die Top 10 Unternehmen haben 49%. Das war jetzt so der passive und eher so ein bisschen der, ja wie soll ich sagen, der Angsthasenansatz, aber der antizyklische passive zurückhaltende Ansatz. Jetzt gucken wir mal das genaue Gegenteil. Wer wollte nicht schon immer mal den Nasdaq 100 outperformen? Und für alle die, die auch in Zukunft eher so ein bisschen Leben am Limit bevorzugen, für die habe ich jetzt den MSCI USA Information Technology. Also nicht nur, dass man quasi nur auf IT geht, nein man geht sogar nur auf USA IT. Also wirklich ein ETF, der sehr zentralisiert ist und der aber in den letzten Jahren den sehr gut laufenden Nasdaq 100 einfach mal outperformed hat. In diesem Jahr glaube ich 2-3% fast gleich laufend, aber in 2019 hat der Nasdaq 100, ich glaube auswendig so 40% gemacht und dieser ETF hat sogar 53%. Trotz Corona steht auch dieser ETF jetzt 23% in diesem Jahr im Plus. Das seht ihr hier. Wir gucken einmal, was da so drin ist. Gehen wir mal hier in die Zusammensetzung und dann sehen wir schon, warum das Ganze so gut läuft. Hier sind natürlich die Top-IT-Unternehmen aus den USA natürlich drin. Ihr habt es schon gehört, eben 100%, also 99,18% USA. Das verbuchen wir jetzt mal unter 100%. Und 24%, also ein Viertel von diesem ETF, der über Marktkapitalisierung natürlich dann die größten Anteile von Apple und Microsoft hat, sind, ja wie gesagt, Apple und Microsoft. Also wenn ihr diese Aktien noch nicht im Depot habt und ihr wollt daran partizipieren, dann ist das vielleicht ein Ansatz, wo ihr sagen könnt, jo, dann brauche ich mir die ganzen Aktien nicht einzeln kaufen. Ich nehme einfach diesen ETF, der auch mit 0,12% wirklich sehr günstig ist, euch auch noch die Dividenden sogar ausschüttet. Also ihr bekommt sogar noch ein kleines Bonbonchen immer aufs Konto überwiesen. Vielleicht eine ganz spannende Sache. Wenn ihr aber schon Nasdaq 100 ETF habt oder, sag ich jetzt mal, die Apple schon so im Depot hat oder Microsoft auch im Depot hat, die großen IT-Unternehmen im Depot habt, dann ist das auf jeden Fall kein ETF für euch. Denn das würde vielleicht das Risiko dann doch etwas zu sehr erhöhen. Aber für die Leute, die vielleicht dann doch ein bisschen aggressiver rangehen möchten und nicht davon ausgehen, dass es sich in den nächsten Jahren irgendwas ändert, ist das vielleicht noch ein ETF, der sich lohnt. Auf jeden Fall 0,1%, 0,12% eher günstig. Und ihr seht auch hier, die Top 10 machen einfach mal 65% aus. 106 Unternehmen hier drin. Dann haben wir den dritten und letzten. Und das ist jetzt ein absoluter Megatrend, der jetzt auch schon gut läuft wahrscheinlich, ja, aber der auch sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch verstärken wird. Sonst wäre es ja kein Megatrend. Mal gucken. Das ist der iShares Automation und Robotics. Der zielt, wie gesagt, auf Automatisierung und Robotik ab und setzt einfach auf diesen Megatrend. Und hier sind die Aktien auch ein bisschen fairer verteilt. Hier sind 158 Positionen drin. USA-Quote ist hier ungefähr 50%. Gucken wir auch nochmal gleich. Dieser ETF ist auch weltweit angelegt. Also ist das auch ganz spannend für ein wirklich weltumfassendes Portfolio. Hier sind auch, wie gesagt, dann auch China mit drin. Ihr könnt mal hier gucken. Vereinigte Staaten. Ich scroll mal noch ein bisschen hoch, damit man es sieht. Vereinigte Staaten. 52% Japan auch mit 20% dabei. Spannend auf jeden Fall. Weil das ist ja auch in China und Japan, das ganze Robotics- und Automatisierung-Thema ist ja da viel verbreiteter. Da ist es ja schon normal, wenn du im Hotel eincheckst und dir ein Roboter quasi deine Klamotten aufs Zimmer bringt. Oder habe ich auch schon mal in Doku gesehen, dass es quasi auch schon Pflegekräfte, also Roboter-Pflegekräfte gibt, die quasi mit Rentnern spielen und die Rentner so ein bisschen beschäftigen und auch so ein bisschen deren Vitalfunktionen überwachen. Ganz spannend auf der einen Seite, aber auch irgendwie ganz schön traurig auf der anderen Seite. Mal gucken, solche Megatrends, die schießen ja auch immer übers Ziel hinaus. Mal gucken, wo das hingeht. Das Ganze hat ja sowohl einmal mit diesen Robotern zu tun, das hat aber auch mit Automatisierung von Fertigungsanlagen zu tun. Also dieser ETF ist quasi, ich will nicht sagen, allumfassend, aber ist schon relativ breit. Also pickt sich quasi die verschiedenen Kernbereiche raus. Und wenn man an diesen Megatrend glaubt, dann ist das auf jeden Fall ein spannender ETF. Die Performance, könnte man es auch nochmal angucken hier von diesem ETF, lief auch ganz gut. Man ist ja mittlerweile schon verwöhnt und denkt so, ja wie, nur 40% in diesem Jahr, im letzten Jahr, also im letzten Jahr 40% gemacht. Nicht schlecht, in diesem Jahr trotz Corona auch schon wieder im Plus mit 5% und im Jahresmittel, den gibt es jetzt hier seit Oktober 16, hat er, das könnt ihr hier sehen, 15,93% Performance gemacht. Und da somit auch ein deutlicher Outperformer. Der ETF ist ein bisschen teurer, 0,4%, aber dafür hat man halt ein Weltportfolio, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und hat sogar ein bisschen Deutschland drin. Ihr habt hier sogar gesehen, wenn ihr hier mal auf die Zusammensetzung schaut, dass sogar SAP dabei ist mit 1,99%, auch noch sogar in den Top 10 vertreten, wobei die relativ gleich verteilt sind. Das war es jetzt hier mit meiner ETF-Ideen-Vorstellung für den Monat September. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welchen ETF ihr bevorzugen würdet, welchen ihr überhaupt nicht kaufen würdet, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schaut auf jeden Fall mal auf meinem Discord-Server vorbei und seid so ein bisschen die Gründungsväter für unsere Discord-Community. Würde mich sehr darüber freuen, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video am Sonntag. Ich freue mich auf euch und sage bis die Tage.